Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 4.11.2024 und unser DAX hat hier ein bisschen den Phönix aus der Asche raus gemacht, hat sich zum Freitag sehr gut erholt bekommen, also wirklich auch viel besser als ich das befürchtet hatte. Wir hatten darüber gesprochen, dass der Bereich da um diese 19.20 so stimmig aussah, wir hatten darüber gesprochen mit dem unteren Tagesband, dass er dann gerne mal zum mittleren zurückläuft, die 19.20 so oder so auf FIBO-Ebene usw. das alles gut ausgesehen hat und deswegen hatten wir glaube ich auf Stundenebene reingeguckt und hatten gesagt, also wenn er hier schon über so eine 1.20, 1.50 geht, hätte er schon die Chance rein in, was haben wir gesagt, 2.30, das gäbe die 300. Und 4.80 hat man gesagt, das sind so die 3 Ziele und davon hat er jetzt die 2.30 und die 300 angelaufen und ich hatte auch gesagt, dass er von hier unten locker 300 Punkte erstmal Gegenbewegung, oder wie haben wir es gesagt, eine kleine Gegenbewegung einsetzen kann von hier unten, die aber gut und gerne 300 Punkte Ausmaß annehmen kann. Das hat er nun abgetragen und deswegen hat man auch gesagt, dass wir zum Freitag, dass wir diesmal andersrum machen und sagen, wenn er unter 19.000 geht, dann fällt er weiter und wenn nicht, dann sprechen wir ihm erstmal ein bisschen Raum für die Erholung zu, einfach weil es reingepasst hat und das hat er genutzt, das hat er gut gemacht. Hat sich ein ordentliches Stück wieder nach oben zurückgezogen und aber jetzt schon eingedreht von der 300, von einem der wichtigen primären Erholungsziele drangestoßen und wieder abgedreht und noch deutlich abgedreht. Ist jetzt von oben auch auf die 2.30, 200 wieder aufgesetzt, die ja das zweite Bewegungsziel war. Und jetzt könnte man im Grunde eigentlich auch schon sagen, dass das grundsätzlich ausreichend wäre. Das würde bedeuten, wenn unser DAX jetzt ein bisschen rein strauchelt in den Montag und sich hier wirklich nicht gut macht. Also okay wäre, wenn er noch so ein kleines Hoch reinsetzt, vielleicht so einen kleinen Schnitzer hier, irgendwie so bis 350, 300 bis 350. Früh, kurz, nachts, die drei Öffnung und dann umdrehen und neue Tagestiefs. Und ja, das wäre vielleicht noch drin, aber tendenziell kann er aus der Bewegung, so wie er jetzt hier steht, auch schon wieder deutlicher nach unten bröckeln. Und deswegen würde ich hier eher die Akutwartung geben, alles unterhalb von 19, 200. Ihr erst mal wieder auf die Unterseite zu sehen, Richtung dann wieder 150, 125, dann wieder die 50, 30 hier als Zone. Und wenn das dann fällt, eben auch schon unten den Durchschuss bis zur 18, 9, 10. Da hatten wir uns ja gestern drüber unterhalten, oder was heißt gestern, für die Analyse am Freitag. War ja dann schon Donnerstag gewesen. Ja, also geht er hier unter dem Band raus, dann entsteht hier auf jeden Fall so ein kleines Vakuum. Ja, dann kann der Markt von dort definitiv bis hier runter auf die alte Channel-Karte raus springen. Und das sind dann auch nochmal ein paar Punkte. Wird er sich natürlich auch zur US-Wahl anbieten, die ja nun diese Woche kommt. Vergesst das nicht. Ja, also auch die Leute, die mit Optionsscheinen handeln, also passt da gut auf. Ja, und guckt auch mal kräftiger, oder guckt nicht mal kräftiger an euer Depot, sondern guckt mal sorgfältiger an euer Depot. Auch wenn ihr irgendwo es doch losgesetzt habt und sowas, denkt nicht, da geht jetzt alles fair zu. Ja, also das ist eine Sauerei, was da jedes Jahr, oder es ist nicht jedes Jahr, es ist alle vier Jahre in US-Wahl. Ja, aber es ist jedes Mal eine Sauerei, was die ganzen Optionsscheinenanbieter da machen. Also die schimpfen immer alle über die CFD und dass man da mehr regulieren muss und so weiter und so fort. Aber da müsste da wirklich mal einer hingucken, mal Optionsscheine regulieren. Also das ist jenseits von Gut und Böse, was da passiert. Da wird das Brett einfach hochgezogen, da werden dann keine Kurse mehr gestellt. Es ging jetzt am Freitag schon los, dass die Ersten gar nicht mehr handeln konnten bei bestimmten Produkten. Ich erinnere mich da auch noch an die Wahl, wo Trump gewonnen hatte. Also da hat sie auch, ich glaube, um 12 oder um 1 am nächsten Tag dann die ersten Shorts wieder verkaufen können, nachdem der Markt schon wieder 400 Punkte in die andere Richtung zurückkam. Ja, aber unten in Tief konnte keiner seine Shorts verkaufen. Seine Puts hat einfach kein Emittent von der Optionsscheine seine Preise gestellt. Also da sollte man sich einfach schon ein bisschen drauf einstellen, ja, dass das jetzt ein bisschen hakeliger wird. Und natürlich auch, wenn da ein Spread erhöht wird oder ausgeweitet wird und ihr habt ein relativ engster Plus, dann kann sowas das auch schnell grillen, ja. Also ohne, dass ihr mehr im Gewinn seid, einfach nur, weil die Spanne zwischen Ankauf und Verkauf breiter gezogen wird. Und das können auch immer 1, 2 Euro werden. Das haben wir alles schon gesehen zu US-Wahlen. Also da einfach ein bisschen Obacht. Ansonsten im CFD und Future habe ich so noch nichts mitbekommen die letzten Jahre, dass da irgendwie was in dem Ausmaß fies war. Da wurde zwar auch mal der Spread erhöht, aber in einer ganz anderen Dimension, ja. Also da wurde mal ein Punkt mehr Spread draufgegeben. Auch im Future hat man das, ja, dass einfach der Spread mal kurz doppelt so groß war, aber nicht im Ansatz vergleichbar hier mit das, was die Optionsscheineanbieter gemacht haben, dass sie einfach 200 Punkte im DAX Spread gemacht haben. Also 2 Euro pro Schein dann einfach zwischen Ankauf und Verkauf reingestellt haben. Aber gut, wichtig ist nur, ihr habt es mit auf dem Radar. US-Wahl ist diese Woche, ja, wir wählen, nicht wir, die Amerikaner wählen einen neuen Präsidenten, ja. Das wird definitiv ein ordentliches Gap dann geben und auch einen ordentlichen Ausschlag, ja. Deswegen überlegt, was ihr hier alles mit euch drin habt. Und da sind wir eigentlich hergekommen, solltet ihr jetzt am Montag hier nach unten tauchen, läge es fast nahe, dass ihr den Bereich dann auch zu US-Wahl mal abgraben, entweder kurz vorher und dann nach oben springen oder eben drauf springen und von wieder abstoßen. Würde hier eigentlich ganz gut reinpassen, könnten wir eigentlich auch fast mal einen Pfeil hinmalen, ja. Das würde hier jetzt an der Stelle mal Sinn machen. Solltet ihr hier tiefer gehen, würde sich das schon anbieten. Hier mal reinzugucken, Farbe haut nicht ganz hin, ja. Irgendwie was Dunkleres als sonst. So, aber das dazu. Sollten wir also weg, ja, wo bin ich denn hergekommen? Jetzt habe ich so viel über US-Wahlen und Optionsscheine erzählt. Sollten wir, ach genau, sollten wir also stärker reinkommen und aber sichtlich Probleme haben, die Hochs zu halten. Ja, sollten wir sichtlich Probleme haben, diese Hochs zu halten. Und hier direkt wieder abdrehen, kurz nach dem Kletteröffnung, vielleicht hier hochstecken und er haut sich dann unter 200, sehe ich unter 200. Die 1,50, 1,25, äh, 9,50 und dann, da sind wir hergekommen, genau, unter Tagesebene, unter dem Tagesband dann das Risiko, dass er da eine deutliche abseinkt. Ja, das ist dann die 18,9,10 bis 18,8,90 als eine Zone. Und dann geht es tiefer, wirklich eine ganze Station, macht das aber andersrum, ja, sticht er vielleicht nur kurz nach unten an und zieht sich dann nach oben, setzt auch 10 Uhr, 11 Uhr und nochmal neue Tageshochs. Dann sollte man den Montag durchaus nochmal ein bisschen auf der Kiege haben, dass er auch Richtung 4,8 sich die Erholung ausdehnen kann. Ja, und dann kriegt man das gleiche Spiel in die andere Richtung, dass man dann vielleicht sogar nochmal ein Allzeithoch zur S-Wahl reingeknallt kriegt, ja, dass er vielleicht mit Aufwärtsgap bringt. Ja, ich denke so ein bisschen in die Richtung, wo er sich jetzt die nächsten ein, zwei Tage hinbewegt, dorthin wird er dann auch das Gap setzen. Ähm, dass ein Gap kommt, gehe ich eigentlich schon fast von aus, waren, war eigentlich bei allen Wahlen so. Ja, selbst die Obama-Wahlen, da gab es kräftigere Aufwärtsgaps, waren jetzt nicht so die Knaller-Gaps wie die Trump-Gaps nach unten, aber gab auch kräftige Gaps nach oben. Dann ist immer der Markt danach dann gefallen, ja, und bei den Trump-Gaps war es eher so, dass wir vorher gefallen sind und dann auch nach unten gegabt sind und dann aber von dort sehr stark angestiegen sind. Ja, also, ja, das dazu. Ja, also zeigt es sich hier stark, neue Hochs, nach 10 Uhr, nach 11 Uhr, nach 12 Uhr, nach 13 Uhr, neue Tageshochs. Könnt ihr den bis 4,80 noch mal anpeilen und guckt hier bloß kurz am Start nach oben und verkrümelt sich dann unter eine 200, glaube ich eher, dass wir noch eine Rutsche Richtung 19.000 und tiefer kriegen. Okay, damit können wir das hier zumachen, wünsche ich euch viel Erfolg am Montag und wird eine spannende Woche, ja. Viel Erfolg, viel Erfolg. Viel Erfolg, viel Erfolg. 임saacatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Untertitelung des ZDF, 2020